Norddeutscher Rundfunk 2021 Und jetzt geht's los! Da könnte was entstehen! Ah, da machen sie nix aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Schöne Aktion! Schön abgeblockt. Das ist beeindruckend, sie spielen Pass von Pass. Was für eine Parade! Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper? Sensationell! Robin Hack. Könnte was werden. Nein, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Viel hat da nicht gefehlt. Und sein Versuch wäre... Cristiano Ronaldo. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhaltung. Gut abgeblockt. Zweikampf war gut, es wird hier mit Ecke weitergehen. Er holt sich vorne den Ball. Und die Möglichkeit. Gute Chance. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht! Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht dieser Team. Schuss kommt nicht durch. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Da kommt die Ecke. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Der Ball. 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 Und die Muster.